so herzlich willkommen zu mir schon c4 und der wegberg modifikation in der version 8 nach wie vor in der beta version ich dachte mir bevor wir direkt in den einsatz reinspringen können wir auch einfach mal direkt in der wache starten und hier gleich ein kleines ich sag mal highlight und zwar das weg berg 41 11 10 das schöne gefährt hier hat wo einen technischen defekt und steht deshalb hier in der werkstatt als ersatz ist dafür dass hf 10 das kennen wir hier diesen er cd sln 2 mit ziegel aufbau und steht jetzt halt quasi als ersatzfahrzeug den kameraden dort zur verfügung das ist echt eine geile sache klar mit dem lf hier können wir nichts waren aber ich finde das auch geil dass es dann wirklich hier drin steht dass man sieht aha das ding ist schrott da wird wohl gerade dran um getüftelt und das ist echt eine super sache da kannst du nichts gegen sagen ich finde das total geil aber wir haben nebenbei auch noch eine kleine tagesdienstaufgabe ist tatsächlich heute gar nicht so viel was wir erledigen müssen allerdings sind wir auch personell ein bisschen da wobei zwei leute ist okay ich wollte gerade sagen nicht so gut besetzt aber wir wollen mal nicht rummeckern ich würde sagen ich hole erst mal die tankkarte und dann fahren wir mit unserem elw zum tanken dazu oder auch nicht der erste einsatz ist reingekommen das ging jetzt tatsächlich schneller als ich dachte und zwar malzeit ich bin der ansgar bonn guards wie auch wie es auch immer ausgesprochen wird interessanter name und ich bin gerade in wegberg industrie straße hier ist es direkt vor der einfahrt unserer firma zu einem unfall gekommen da ist sein auto einfach auf die andere spur gefahren und frontteilen einen lkw gekracht ja die leute sitzt noch im auto wie viele das sind ich traue mich nicht genauer zu schauen oder zu gucken das sieht also furchtbar aus das schreien mindestens zwei drei leute und das ist natürlich schon ein sehr interessantes stichwort deshalb nehme ich hier tatsächlich das größte stichwort für p klemmt wir nehmen den zug 1 in zug 2 das würde ich jetzt dass ich rausnehmen das ist dann doch ein bisschen fülle wobei zum testen nehme ich die löschgruppe klinko mit dazu weil die müsste ja theoretisch das hf 10 haben die möchte ich ganz gern mit haben die hauptamtliche wache die bau verwaltungsstaffel das ganze mit sonderrechten und als stichwort nf3 das bedeutet zwei rtw ein nef allerdings ist mir das schon zu wenig denn ist jetzt die rede von zwei bis drei deshalb nehme ich das stichwort nf5 das bringt drei rtw und zwei nefs mit sich ich denke damit können wir arbeiten ich denke ich denke ich denke ich denke ich gebe die alaminung erst mal raus so zack da hat man das die tankkarte kann gleich wieder zurück das können uns sparen elw da musste noch mal durch wir ziehen unsere kameraden rum ich möchte mitnehmen hlf rw natürlich den elw und vielleicht sogar den gwl das weiß noch nicht genau einsatz hauptamtliche wache bau verwaltungsstaffel technische einsatzleitung und löscht zu 1 sirene person klemmt menschen leben in gefahr alarmiert sind 2 nef 4 rtw wegberg in der industrie straßen höhe einfahrt y und svu lkw pkw wunderbar die meldung passt auch soweit dann einmal bitte umziehen das tor aufmachen für den rüstwagen das tor für die leiter und führst du eigentlich alle tore auf das aufziehen hätte ich mir gerade sparen können denn wie gesagt ich möchte eigentlich auch die gwl mal wieder mit raus nimmt der fährt mir viel zu wenig einfach so ein schönes allrounder fahrzeug dann erstmal die leiter raus habe ich denn wo ich habe tatsächlich gar kein zugführer für den elw genau da treffen schon die ersten kameraden ein so dann besetzt du bitte erstmal den rüstwagen als maschinist du besetzt direkt das hlf als maschinist da muss man gucken dass man hier noch führungskräfte bekommen wobei hier du fährst bitte einfach mal direkt erst mal auf dem elw mit so hier haben wir schon mal einen gruppenführer fassalef rettung wegberg nef 1 kommen für das wegberg nef 1 ja wir haben da jetzt mehrere anrufe mit teils widersprüchlichen angaben vermutlich aber mehrere personen eingeklemmt weil die genaue anzahl der verletzten oder vielleicht sogar verletzungsmuster können dort keine angaben gemacht werden die feuerwehr dementsprechend mit euch alarmiert nach p klemm 2 die polizei hat kenntnis und kommt ebenfalls da könnt euch ja mal einen überblick verschaffen und bei eintreffen mal mit einer qualifizierten rückmeldung kommen ja verstanden leitstelle kais heilsberg von mönchengladbach 2 rtb 2 leitstelle kais heilsberg von mönchengladbach 2 rtb 2 2 aus für sie zum einsatz im wegberg leitstelle kais heilsberg verstanden ja wir haben da jetzt mehrere anrufe mit teils widersprüchlichen angaben vermutlich aber mehrere personen eingeklemmt weil die genaue anzahl der verletzten oder vielleicht sogar verletzungsmuster können dort keine angaben gemacht werden die feuerwehr dementsprechend mit euch alarmiert nach p klemm 2 die polizei hat kenntnis und kommt ebenfalls da könnt ihr euch ja mal einen überblick verschaffen und bei eintreffen mal mit einer qualifizierten rückmeldung kommen verstanden ich warte ja tatsächlich immer noch auf den auf den zugführer aber das sieht schlecht aus leitstelle kais heilsberg von vier sind rtb 5 1 leitstelle kais heilsberg kommen ja wir haben da jetzt mehrere anrufe mit teils widersprüchlichen angaben vermutlich aber mehrere personen eingeklemmt weil die genaue anzahl der verletzten oder vielleicht sogar verletzungsmuster können dort keine angaben gemacht werden die feuerwehr dementsprechend mit deutsch ich habe das jetzt einfach unterbrochen ich war so frech ich habe tatsächlich gerade mal in der in der fahrzeug auswahl oder in dieser fahrzeugübersicht geguckt dass es kommt tatsächlich das hlf 10 weiß da freut mich so ein kleines kind das ist voll geil ich bin gespannt der einsatz an sich klingt wirklich interessant das könnte mal wieder eine längere geschichte werden schöner teileinsatz ist immer gut wir dürfen natürlich nicht vergessen dass man da auf einige sachen achten müssen wenn mehrere personen eingeschlossen sind ich hatte tatsächlich bis jetzt immer nur zwei aber wenn es mehr sind dann schauen wir einfach mal wie sich die lage sofort gestaltet und was ich da alles so genau machen muss ich weiß natürlich so die grunddinge also abstürzen scheiben entfernen dann mit dem rettungsgerät arbeiten aber bis jetzt war es immer so dass zum beispiel bei zwei personen musstest du das beim ersten mal zum beispiel mit dem speizer arbeiten hast du die erste person rausbekommen beim zweiten mal hast du mit der schere angesetzt und hast dann die zwei daraus bekommen der leitstelle einsberg rettung kreis 4 nach tw 6 1 oh ja jetzt die leitstelle kreis einsberg kommen sie ja der rettung kreis 4 6 1 wenn ihr im funk verkehrsbereich unterwegs zum einsatz nach wegwerk das ist verstanden ja wir haben da jetzt mehrere anrufe mit teils widersprüchlichen angaben vermutlich aber mehrere personen eingeklemmt über die genaue anzahl der verletzten oder vielleicht sogar verletzungsmuster können dort keine angaben gemacht werden die feuerwehr dementsprechend mit euch alarmiert nach p klemm 2 die polizei hat kenntnis und kommt ebenfalls da könnt ihr euch ja mal überblick verschaffen und bei antreffen mal mit einer qualifizierten rückmeldung kommen ja so stand so jetzt muss man natürlich den rettungsdienst so ein bisschen hier vernünftig aufteilen oder die polizei macht er bitte komplett dicht leitstelle kreis heimsberg von mönchengladbach 2 rtw 1 leitstelle kreis der florian mönchengladbach 2 rtw 1 in ihrem funkbereich unterwegs zum einsatz in wegberg ja verstanden so hlf und rw treffen ein ja wir haben da jetzt mehrere anrufe mit teils widersprüchlichen angaben vermutlich aber mehrere personen eingeklemmt über die genaue anzahl der verletzten oder vielleicht sogar verletzungsmuster können dort keine angaben gemacht werden die feuerwehr dementsprechend mit euch alarmiert nach p klemm 2 die polizei hat kenntnis und kommt ebenfalls da könnt ihr euch ja mal überblick verschaffen und bei antreffen mal mit einer qualifizierten rückmeldung kommen verstanden also nach aktueller lage wir haben eine person die sitzt bereits raus das dürfte der lkw fahrer sein den würde ich jetzt erstmal behandeln lkw fahrer f20 sprech wunsch 0 1 7 davon 4 agt leitstelle verstanden so der evli gibt dann direkt mal die erste lage meldung ab ja stärke 0 0 4 davon 3 agt die leitstelle kass 1 berg verstanden die doppelte löschbereitschaft sind hergestellt das ist soweit ganz gut da ist übrigens das reservehalef wir geben erstmal die erste lage meldung ab und beginnen erst mal mit dem abstützen des fahrzeugs wir arbeiten jetzt mit materiein und 20 sprechen lageberg 21 halef 21 mit stärke 0 2 2 2 art und schutzgeräteträger ok genau ich glaube von der position ist das halef jetzt besser glaube ich habe übrigens ein modell 0 2 2 davon 2 agt so dann haben wir das erstmal soweit weg bei glw 1 mit sprech wunsch wir holen dort die erstmal die scheiben raus und geben hier die erste lage meldung ab rückmeldung einsatzstelle wegberg v u unter beteiligung eines lkw drei personen verletzt eine person im fahrzeug eingeklemmt an der unfall stelle laufen außerdem betriebsstoffe aus die einsatzstelle wird abgesichert und der brandschutz sichergestellt die technische rettung mittels hydraulischem rettungsgerät wird eingeleitet weitere rückmeldung der einsatzstelle folgt so dann holen wir jetzt erstmal mit dem spreizer die erste person raus war doch der speizer ja genau so dazu schließen wir ach so ok das ist ein strom betriebenes aggregator um meine fasse 007 davon vier zu der karte kann man sagen die wird noch überarbeitet deswegen dann noch nicht alles zu 100 prozent perfekt oder ich glaube es gibt sogar eine komplett neu gebaute karte wenn ich richtig bin 2142 atemschutz geräteträger wir haben natürlich jetzt hier schön alles zugewordener aber gut da muss ich die rettung jetzt mal gedanken machen wie sie durchkommen den kollegen kommen wir einfach mal überfahren 2142 geräteträger der funkverkehr wenn man darauf achtet ist natürlich auch immer ein bisschen 003 davon 2 AGT bisschen schwierig dann sich auf seinen eigenen scheiß zu konzentrieren tatsächlich 0032 AGT 002 mit 2 AGT Leitstelle verstanden würde auch die person dann definitiv erstmal aus dem gefahren bereich dann rausholen das machen wir auch mit der ich denke dass wir den rettungsdienst zentralisiert hier so hingestellt haben noch gar nicht so verkehrt allerdings ist bis jetzt noch nicht ein rtw da ne bisschen bisschen mauch erste person ist raus die bringen wir auch direkt zum rettungsdienst dann würde ich sagen arbeiten wir jetzt mit der schere legen uns den spreizern noch mal hier bereit für den fall dass wir noch mal brauchen habe ich jetzt wieder drauf gepackt oh shit da da kommt der erste rtw ja natürlich die die durchfahrt ist tendenziell vielleicht doof gewählt aber es geht so da könnt ihr euch drum kümmern und ihr macht euch direkt bereit den nächsten patienten zu behandeln das sieht so weit ganz gut aus ja hier machen wir ganz kurz den wahnblinker an dann drehen die fahrzeuge wieder rum gut die beiden hlf set jetzt nicht gebraucht kinkum ist tatsächlich recht schnell da hier ein wegwerk B hätte jetzt auch durchaus die daseinsberechtigung gehabt durch den zweiten rüst das natürlich personaltechnisch immer aber rein von der ausrüstungsebene hätte das hlf 10 jetzt hier durchaus sinn gemacht aber ich denke wir haben zwei rüstsätze allein schon durch den lz 1 an der einsatzstelle das sieht das schon mal gar nicht so verkehrt aus so ja jetzt treffen so langsam aber sicher auch die rettungsmittel richtig einen ich hätte den den die sammelstelle vielleicht doch auf die straße holen sollen oder auf der straße aufbauen sollen denn hier hinten ist das zwar cool weil du hast jede menge platz aber das ist tendenziell doof wo dem geht es aber nicht gut ne da gleich mal der notarzt mit hin auch schön dass ihr überhaupt nicht rennt dass ihr da relativ tiefen entspannt seid das ist der rtw 51 eine person verstorben ist natürlich na gut ne was was willst du machen ich glaube ich habe den rtw verpackt nein das war nicht so geplant ich habe dazu auf zu oft drauf rum gehämmert jetzt kann ich möchte noch fahren lassen dann muss ich vielleicht noch mal ein rtw nachholen ja gut das war jetzt mein fehler ich habe also ich hatte aus Versehen erst auf den notfallrucksack geklickt und dann habe ich mich unentschieden bzw wollte natürlich von anfang an die trage haben und dann habe ich da ein bisschen zu dolle drauf umgegangen na gut was will ich was soll ich machen du wirst zum münchen glattbach rdw 2 das ist ja der ja oder ich brauche ja bloß einfach anklicken natürlich wieder zu einfach und du gehörst ja dann sicherlich zum wir sind 5 1 genau wie du oder 4 sind 5 1 ich weiß gar nicht wie es richtig ausgesprochen wird vier sind glaube ich ja was mache ich jetzt mit dem ding hier das war natürlich jetzt ärgerlich dann müssen wir hier noch mal ein rtw nachholen eigentlich brauche ich ja hierfür ihren bestatter aber den gibt es leider glaube ich gar nicht wir schauen jetzt noch mal ja genau drei verletzte zwei hammer haben wir in den rtws kannst du einmal aus der einsatzstelle rausfahren wenn das geht mach dafür auch mal ein bisschen platz und jetzt würde ich auch ganz gerne mal den rüstwagen so ein bisschen an die seite fahren aber wobei ich habe ja noch ach stopp ich brauche gar keinen weiteren rtw habe ich vier rtw bestellt ich werde hier wie ein 2 sprech wunsch ach so ja ne spreche und hat sich erledigt euch nicht wir müssen mal ganz kurz die rolle ist hier zu machen damit ich den rw ein bisschen an die seite fahren kann den lasse ich jetzt hier rein fahren leitstelle kreis heimsberg von florian mönchengladbach 2 rtw 2 kommen hier leitstelle kreis heimsberg kommen wir fahren mit alarm für den schockraum elisabeth krankenhaus reit leitstelle kreis heimsberg verstanden moin micha so dann nehmen wir ihn ja noch auf ja gut das ist jetzt natürlich ärgerlich aber gut da kann das spiel jetzt eigentlich nichts dafür das war ich selber wir haben hier wir haben drei sporteile glaube ich oder drei spurflecken einmal mich dran dann muss ich dann muss das scheiben gerne scherben gerne ja gut dann besatzung vom rw hier benötigt einen besen ja der rest ist ja soweit eigentlich erledigt ne sowas wie ein batterie management würde ich mir tatsächlich noch wünschen dass man halt auch die batterie abklemmen kann das wäre vielleicht gar nicht so schlecht das habe ich tatsächlich noch nie in den tracker mit reingeschrieben in diesen feature und bug tracker das könnte ich vielleicht mal tun weiß ich aber auch nicht ob sich das schon mal gewünscht wurde bin ich mir jetzt nicht so sicher brandschutz ist nach wie vor sichergestellt wir haben zwei sagt bindemittel damit können wir ja schon mal anfangen das und das meinetwegen da komme ich da ran ja geht ahja die aircoefahren hat anscheinend den einsatz gemeldet ich würde jetzt auch ein paar kräfte frei machen die müssen jetzt nicht mal hier rumstehen auch die den gwl würde ich nachher schicken den elw kümmer ja komm der kann da hinten stehen bleiben scheißegal hat sich auch gar nicht aufgebaut ne na gut war jetzt auch nicht nötig eigentlich im endeffekt wir sind für sie funk und betriebsbereit an der einsatzstelle kommen dann ja ja verstanden ja schön hat es doch glatt den urpilz zerlegt aber schon ganz absichtlich ne der lkw ist auch ein total schaden polizei guckt sich das natürlich auch an wir können dann jetzt im nachgang weitere anmittlungen aufnehmen das ist ein geiler motorsound ne ach wunderschön einfach nur ein wunderschönes fahrzeug mit schlingenwand aufbauen natürlich schicker aber auch das ist schon sehr sehr geil so dann schauen wir nochmal überprüfen plätze zwei die fahren natürlich jetzt ab da können wir die zeit mal ein bisschen vorspulen dann sind die auch gleich weg dann ist der einsatz erstmal so weit abgearbeitet landstelle kreis heinsberg von viersen rtw 5 1 viersen rtw 5 1 wir fahren dann einmal normale fahrt chirurgisch krankenhaus erkelenz landstelle kreis heinsberg verstanden leitschelle von rettung kreis viersen rtw 6 1 die leitschelle 1 beckhört ist der rettung kreis viersen rtw 6 1 patient übernommen normalfahrt chirurgie uniklinik aachen ja verstanden schönen dank für die unterstützung ruhigen dienst so und damit genau ist die einsatzstelle soweit abgearbeitet wir übergeben diese an die polizei die können dann noch weitere ermittlungen zum unfall hergang und 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 erst mal aufnehmen wobei das sieht eigentlich schon recht eindeutig aus und er kam von hier dann voll in ihn reingehämmert kann man nur hoffen dass bei ihm die fahrerkarte soweit sauber ist dass er alle pausen eingehalten hat dass er nicht zu lange gefahren ist und 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 ansonsten ist er trotzdem mit dran auch wenn er gar nichts dafür kann die einsatzstelle wurde übergeben wir funken jetzt nochmal die leitstelle an und dann war das doch ein schöner kleiner einsatz ne wie gesagt das hat mich ein bisschen geärgert mit dem rtw hier dass ich den so ein bisschen verpackt habe und beim nächsten mal würde ich direkt die spur freilassen allein um äh mögliche rettungskräfte noch zur einsatzstelle bringen zu können dann würde ich halt direkt den rüstwagen hier rein fahren lassen der war jetzt nicht so wichtig wichtig war das halef ähm und ja ich denke man könnte auch zur not von der dünne arbeitung eine eingeklemmte person aus dem fahrzeug befreit Fehler gemacht an den rettungsdienst übergeben die auslaufenden flüssigkeiten abgestreut und aufgenommen ein patient x kommen auch verstanden ich habe einen fehler gemacht ja wir funken jetzt nochmal ich wollte natürlich nicht eine rückmeldung geben sondern die abschlussmeldung das war jetzt weil ich wieder so viel gedauert habe wie gesagt beim nächsten mal würde ich direkt den rüstwagen hier rein stellen und vielleicht doch nicht so viele kräfte alarmieren weil die im endeffekt hier nur vor der nase rum stehen wichtig ist dass wir unsere zwei rüstsätze haben das hatten wir jetzt in dem fall dass wir zur not noch einen elf haben mit personal in der rückhand das hätten wir hier gehabt und natürlich den elw als einsatzleitstelle und dann dass wir uns dann halt dementsprechend auch die den rettungsdienst auch gut aufbauen können die idee fand ich gar nicht so schlecht den hier so hinzubauen was natürlich doof ist dass wir dann hier so drüber arbeiten mussten vielleicht gleich das nächste mal das hlf auch hier so rein fahren und lass dann quasi die rtw ist hier so in reihung glied aufbauen das weiß ich nicht das werde ich dann beim nächsten mal sehen aber man lernt natürlich immer dazu mit abschlussmeldung ja wir haben an heino 11 32 übergeben abschließende stärke im einsatz 2 4 32 in kürze alle kräfte feuerwehr wieder frei leitstelle verstanden genau und auch ich habe das verstanden mit diesen abschließenden worten würde auch ich mich verabschieden ich hoffe euch hat es gefallen ja ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ich hoffe natürlich ihr seid gesund ihr bleibt gesund bis zum nächsten video stream was auch immer machts gut bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal